Jetzt muss ich aber Ruhe haben, oder? Geh bloß nicht wieder auf. Doch, jetzt kommt keiner bitte mehr. Wo kann ich denn jetzt hier graben? Nein! Mann! Okay, jetzt geht die beleuchtete Stelle. Die geht jetzt. Nee. Oh, was? Oh, jetzt bauen wir nicht. Was war das denn? Ja. Das sieht doch so aus, als könnte man da graben. Ja. Hm. Was soll die Schaufel denn sonst sein? Hä? Ja. Ja. Hm. Ja. Nein. Das ist weg, hier hoch! Ich bin doch wo heute auch bin! Ja, das Grab auch nicht! Ich muss mir nicht mal zeigen, wo es ist! Ehe, wo muss es doch sein? Ehe, wo muss es doch sein? Ein Hinweis! Bitte! Irgendeiner! Jetzt habe ich mich so lange mit denen rumgeprügelt. Uah, ganz offensichtlich. Ja, natürlich! Fuck! Oh toll, und für Muni bin ich jetzt, äh... Hm. Egal. Wir gehen jetzt speichern und gucken, wie wir dann weiterkommen. Moment. Ganz blöde Idee jetzt. Okay, ich nehm's! So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Dann gehen wir speichern. Und dann sehen wir weiter. Wir können schon mal mit anhängen los. Um eine Schritte. Warte, Mensch. Könnte so kurz sind. Wehe, da kommt jetzt jemand. Könnt mich einfach her spawnen. Geht durch. Wenn ihr's könnt. Ich hasse das. Ich weiß nicht, was sie droppen und machen. Ach, witzch. Wir droppen die mal. Dann müssen wir halt zurück. Wie? Du warst nicht mehr da. Ich brauche dich nicht. Verstanden? Suchst du mir den gefallen und verpiss dich einfach? So, das letzte Mal. Und dann entscheiden wir uns für eine der Türen. Kannst du dich nur verpissen? Du bist gemeint? Egal. Scheiß draus. Dann werden wir uns doch durch. Wir können ja nicht die ganze Herrscher wieder da haben. Wir werden doch. Die Türen sind offen. Lass mich bloß in Ruhe. Wir gehen jetzt hier durch. Mann. Ich sehe nichts. Wir gehen. Okay. Und was? Oh weh. Sorry. Was ist das gemacht? Naja. Ich kann es verstehen. Ich versache jetzt so. So gut. Ähm. Kann man hier noch irgendwie rein? Hier, aber wo kann man da hin? Ja, hier. Mikrofon, die da rumgerücke. Ich habe keine Medizin mehr. Ich lebe auf dem letzten bisschen. Ich, äh. Speichere wie nüt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh. Oh, willst du mich verarschen? Ach. Komm. Wann. Ich habe doch kein Leben. Ich habe kein Leben mehr. Ja, genau. Ich habe kein Leben mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Toll. Wie geht den ganzen Weg jetzt zurück? Wofür? Quatsch. Warum gehe ich runter? Deswegen gehe ich runter. Ja. Wie kann man da nochmal hoch? Ja. Ich lebe am Limb. Mhm. Ich lebe am Limb, du und hab keinen Schimmer, was ich tun soll. Oder wo ich hin soll. Hä? Hier. Keine. Da ist die Tür. Du musst doch weiss, ne Tür. Irgendwo. Ach ja. Da sollte ich mal... Ich muss zurück zu den Bussen, oder? Oh, kacke. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich hin muss. Oh, da ist eine Tür. Oh, richtig gegangen. Intuitiv richtig gegangen. Ich musste gar nicht mal zum Weg mehr. Ähm... Da musste ich langweilig. Ja. Der andere war ja wohl die Blöde komisch angekündigt. So, wo sind wir jetzt? Ja. Ein rotes Fahrrad. In der Sackgasse. Ähm... Und jetzt? Jetzt sind wir da, wo der Kettensägen-Typ war. Wir kommen aber nicht mehr hoch. Ach, scheiße. Wie kam das so? Dings. Ja, nee, das hat gerade gelaufen. Orientierung kann ich. Der kam nur hier runter. Aber was, wenn wir die andere Tür benutzen? Er kam nur hier runter. Aber was, wenn wir die andere Tür benutzen? Was zum Heilen wäre mir lieber. Aber zu viel. Egal. Okay. Gut so. Mensch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht hier die Tür? Nee. Na, wie sonst haben wir jetzt ein bisschen Muni wieder. Jetzt verlaufe ich mich weg. Oder auch nicht. Hm. Ich schreibe es. Ich schreibe es mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Ah, okay. Vielleicht müssen wir hier lang. So, hier lang zurück und dann mal gucken, ob sie den Mund fallen lassen haben für uns. Ja, dann haben sie. Der andere auch. Ich glaube, ich habe anscheinend schon auch vom Hügel. Und dann an der Bank zu hängen. Mein Lieblingsspot. An Bänken hängen. Deswegen sehen meine Knie auch so aus, wie sie aussehen. Ich mir alles mal aufhaue. Knie und Oberschenkel. Wenn ich hier nicht räume. Okay. Was wir hier machen, ist, wir brauchen hier die Sicherung. Zieh dich. Bist du platt? Nein. Er guckt sich nur ganz doof um. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Oh, wo ist der hin? War das nur Einbildung? Warum geht die Tür auf? Ich konnte doch nur gerade noch nach dem gucken, dass eine andere Tür geht. Ja, also wir brauchen die Sicherung und eine hatten wir doch irgendwo hier gelassen. Drei. Oh. Ähm. Was ist das denn? Hä? Hä? Was ist das für eine Kacke? Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Hallo? Toll, ich bin kurz vorm Tod. Willst du mich verarschen? Was ist das für eine Kacke? Hey! Ich brauch dringend was zum Heilen. Noch einmal kann ich mir das nicht leisten. Kann mir das nicht leisten. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Äh, ja okay. Dann sterbe ich halt. Weißt du was? Ich mach das nochmal. Nehmen wir den anderen Speicher. Diesmal achte ich darauf, äh, nur Kugeln zu haben. Wir sehen uns gleich wieder. Es ist wieder eine Zeit. Schwierig. Ach, vielleicht sollte man doch erstmal nachladen. Er macht gerade gar nichts. Hallo? Ah. Hä? Wieso schießt du nicht? Hallo? 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 Boah, sie ist so Technik hervorragend. Schießt er denn so? Ja, klar. So schießt er. Ja, verschwende doch ne Kugel. Kannst du doch so gut. Ja, klar. Du hast ja keine Kugeln mehr. Boah, stirb doch einfach, Simon. Du gehst mir auf den Sack. Er kommt. Führte mich. Tschüss. 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 Du noch mal. Töhm. Tschüss.